Seit über 20 Jahren arbeitet die Fricon Werbeagentur aus Tuttlingen eng mit Unternehmen aus allen Branchen zusammen und hat zuletzt für innovatives Produktdesign im Auftrag einer Brauerei gleich zwei Preise gewonnen. Ausruhen ist aber nicht. Neue und spannende Projekte warten bereits auf das Team in der Kreativwerkstatt, hinter deren Kulissen wir exklusiv blicken durften. Hier entsteht gerade eine neue Werbekampagne. Ideen sammeln, im Team besprechen, in enger Abstimmung mit dem Kunden zu innovativen und einzigartigen Projekten ausarbeiten. Alexander Frick ist seit über 20 Jahren der kreative Kopf der Fricon Werbeagentur in Tuttlingen. Ich würde sagen, grundsätzlich sind wir natürlich in sehr vielen Bereichen unterwegs, aber wir bezeichnen uns schon als klassische Kommunikationsagentur, die einen Schwerpunkt im Bereich Markenführung hat. Das heißt, die Auftritte und Markenführung der Unternehmen ist eigentlich unser Haupttätigkeitsschwerpunkt. Dass wir nach 25 Jahren noch am Markt sind, ist, denke ich, für eine Werbeagentur ein ganz gutes Zeichen. Verdanken wir auch dem, was unser Merkmal ist, dass wir sehr treue Stammkundschaft pflegen und dass wir immer mit einer sehr hohen Emotionalität an die Mandate gehen. Das können wir uns erlauben, weil wir relativ klein sind, relativ wenige Mandate haben, aber dafür eben umso intensiver mit den Kunden arbeiten. Entwicklung erfolgreicher Marken und Corporate Designs, Printprodukte, Webauftritte und Fotoproduktionen. Fricon begleitet seine Kunden aus allen Branchen bei der Umsetzung ihrer Medien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017